Einer weniger, drei weniger. Ihr wisst, wohin das führt. Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial zu dem Kommandanten Hermann. Als allererstes möchte ich euch sagen, Hermann ist trotz seines Schwertes auf der Schulter ein Bogenschützenkommandant, der gerade für den Anfang sehr, sehr stark ist, wenn nicht sogar mit einer der stärksten. Hermann bekommt ihr in der Regel durch zwei Wege. Einmal wäre das hier der Medaillen-Shop bei der Expedition. Hier wechselt ihr alle paar Tage der epische Kommandant. Dadurch könnt ihr diesen dort auch bekommen. Pro Kopf seid ihr dafür 1000 Medaillen. Unter anderem könnt ihr den aber auch hier unten über die anderen Käufe bekommen. Die zweite Möglichkeit ist durch Goldkisten. Hier könnt ihr den Hermann in den Silbertruhen sowie auch in den Goldtruhen ziehen. Wie ihr hier sehen könnt. Es gibt aber auch noch eine weitere Möglichkeit. Und das kommt darauf an, wie ihr am Anfang gestartet seid. Solltet ihr die Kultur Deutschland gewählt haben am Anfang, dann bekommt ihr den Hermann dort auch über die täglichen Aufgaben dort. Und halt eben auch als Startkommandant von Anfang an. Die beste Kultur für Hermann ist das Osmanische Reich, weil das die Bogenschützen generell pusht. Also jeglicher Bogenschützenmarsch, den ihr machen wollt, oder wenn ihr euch generell halt auf Bogenschützen fokussieren wollt, ist das Osmanische Reich einfach das Beste, was ihr haben könnt. Ich zeige euch jetzt einmal die Animation, wenn Hermann seinen Fake-Cutschaden raushaut. Und zwar kommen hier diese Stäbe aus dem Boden und spießen den Gegner quasi auf. Das sieht ganz schick aus. Allerdings gibt es auch ein paar Kommandanten, wo die Animation noch deutlich geiler aussieht. Mein Favorit ist diese Animation jetzt nicht unbedingt. Kommen wir darauf zurück, mit wem ist denn Hermann überhaupt kompatibel, beziehungsweise mit wem kann man den sehr, sehr gut spielen. Und da möchte ich ganz gerne klein anfangen. Am Anfang werdet ihr diese Kommandantin nicht haben. Allerdings ist sie im epischen Bereich die beste Kommandantin, die mit Hermann funktioniert. Und zwar Keira. Sie bekommt ihr allerdings nur ausschließlich durch den Job bei Kerolli und könnt sie auch nur dadurch leveln. Daher ist es am Anfang vielleicht jetzt nicht die beste Option. Allerdings kann man Keira sehr, sehr gut mit Hermann zusammen spielen. Die andere Alternative, gerade zu Anfang, ist Kusunuki. Mit ihm zusammen habt ihr ein sehr, sehr starkes Duo auf dem Platz und könnt da auch sehr, sehr viele Gegner wirklich mitschlagen. Natürlich kommt das noch auf die Rüstung an, die ihr habt, aber das ist schon gerade für Free-to-Play-Spieler eine sehr, sehr gute Kombination. Und wenn ihr das noch ein bisschen günstiger haben wollt, also gerade wenn ihr wirklich gestartet seid mit dem Game, dann ist Tomegosen ein sehr, sehr guter Kommandant, der zu ihm passt. Ihr müsst natürlich immer bedenken, bei all diesen Kommandanten solltet ihr immer rein nur Bogenschützen mitschicken. Da beide Kommandanten jeweils immer eine Fähigkeit haben, die wirklich nur auf Bogenschützen ausgelegt ist. Tomegosen wollte ich schon immer mal probieren, in Kombination mit Hermann, wenn ich gestartet bin in dieses Spiel oder einen Jump-Account erstellt habe oder ähnliches. Da bin ich leider bisher noch nicht zugekommen, aber vielleicht probiere ich das in der Zukunft mal aus. Für die etwas anspruchsvolleren Leute unter euch ist auch L-Sid eine sehr, sehr gute Kombination, wenn nicht sogar eine perfekte Kombination, da beide den Gegner Schwächen durch Schweigen bringen. Das bedeutet, der Gegner kann seine Fähigkeitsschaden für eine Sekunde oder zwei nicht auslösen. Und bei L-Sid ist es sogar so, dass normale Angriffe unterdrückt werden. Von daher ist das eine sehr, sehr gute Kombination miteinander und kann ich auch jedem empfehlen. Allerdings, um da eine gute Kombi zu haben, ich glaube, da ist tatsächlich Kusinuki am Anfang eher die bessere Wahl. Und jetzt noch das Beste, was ihr eigentlich haben könnt, ist natürlich YSG. YSG ist, ich glaube, von Anfang des Games bis Ende des Games, bis zum aktuellen Stand jedenfalls, einer der besten Kommandanten überhaupt, den ihr haben könnt. Und hinter Hermann ist er ebenfalls sehr, sehr stark. Kommen wir mal zu den einzelnen Fähigkeiten der Kommandanten. Haben wir hier als allererstes natürlich die aktive Fähigkeit von Hermann. Hier braucht ihr eine Wutanforderung von 1.000. Er verursacht hier bei seiner Expertise, bei seiner ersten Fähigkeit, dann normalerweise hier, das seht ihr hier oben, ohne Expertise, 750 Schaden. Bei Expertise sind es 1.150. Und reduziert die Wut des Gegners. So, was immer gut ist. Also, damit könnt ihr immer arbeiten. 100 Wut, das heißt, er hat dann eine Wutanforderung von 1.100, der Gegner. Und braucht halt länger, um seinen Fähigkeitsschaden rauszuhauen. Hermann lässt ihn dann verstummen. Wir können ja hier mal auf das Symbol gehen. Macht es dem Ziel unmöglich, ihre aktive Fähigkeit einzusetzen. Und das für 2 Sekunden. Das heißt, 2 Sekunden lang kann er die Fähigkeit nicht ausüben, der Gegner. So, und das nachdem natürlich Hermann seine aktive Fähigkeit eingesetzt hat. Bei seiner 2. Fähigkeit hat er ein Marschtempo von 10%. Das ist für Bogenschützen natürlich immer gut, dass man da ein bisschen was an Tempo hat. Der Angriffsbonus pro Sekunde ist natürlich auch um 10% erhöht. Das ist auch gut. Bei der 3. Fähigkeit haben wir hier eine Garnisonsfähigkeit. Die braucht man für Hermann eigentlich überhaupt nicht, da man Hermann nicht als Garnisonskommandant nutzen sollte. Gerade nicht für seine eigene Stadt. Da gibt es deutlich bessere Kommandanten. Von daher ist diese Fähigkeit komplett wurscht. Kommen wir zur 4. Fähigkeit. Und zwar habt ihr hier einen Angriffsbonus von 10%. Und ihr habt dann noch zusätzlich eine 10%ige Chance, dass eure Wut um 100% reduziert wird. Ihr bekommt 100% Wut. Das bedeutet, ihr habt ja ein Wutlevel von 1000%. Und wenn diese 10% hier kommen bei euch, also ihr die 100% Wut bekommen, dann braucht ihr nur noch 900% Wut. Das heißt, ihr produziert viel, viel schneller Wut als normalerweise. Daher ist das ebenfalls sehr, sehr stark. Die Expertise haben wir ja eben schon mal kurz drüber gesprochen. Hier ist nichts großartig dazu gekommen, bis auf, dass der Schadensfaktor anstelle 750% 1.150% ist. Ansonsten ist alles dabei geblieben, wie es ist. Man muss dazu sagen, wenn Hermann ein Ziel angreift, dann fügt er dem Ziel einen Debuff zu. Das heißt, der Gegner wird zwei Sekunden lang zum Schweigen gebracht. Das betrifft ja auch alle anderen. Das heißt, wenn ihr mit mehreren Leuten auf einen draufhaut, und ihr habt einen Hermann mit dabei, oder zwei Hermann, oder drei Hermann, dann könnt ihr es schaffen, dass der Gegner seinen Fähigkeitsschaden super selten raushaut, wenn er den überhaupt raushauen kann. Von daher ist Hermann eine sehr, sehr gute Option. So, dann kommen wir jetzt noch zum Fähigkeitsbau. Das ist mein aktueller, den ich auch für Hermann draufhabe. Es gibt aber auch noch einen, der noch einen Ticken besser ist. Den zeige ich euch jetzt gleich einmal. Und zwar der erste Punkt natürlich immer auf Verjüngung, damit ihr schneller Wut generieren könnt. Ihr habt einmal den Punkt Wut bei Verjüngung, dann habt ihr einmal den Punkt kochendes Blut, wo ebenfalls noch mal Wut gewährt wird. Und ihr habt hier ebenfalls noch mal einen Punkt, wo der Fähigkeitsschaden vom zweiten Kommandanten gepusht wird. Was sehr, sehr gut ist. Wenn er als erster Kommandant geführt wird, dann hat er hier einen Punkt, wo der zweite Kommandant dann ebenfalls noch mal gepusht wird. Dieser Baum ist aber bei jedem Kommandanten, der einen Fähigkeitsbaum hat, ist das mit drin. Hier haben wir die Verringerung des erlittenen Fähigkeitsschaden und hier wird der Fähigkeitsschaden erhöht. So, das sind schon mal die wichtigsten Punkte bei blau. Beim blauen Fähigkeitsbaum. Dann haben wir hier oben bei rot, giftiger Stich, ist auch sehr, sehr wichtig. Auch hier wird der Fähigkeitsschaden vom ersten und vom zweiten Kommandanten um 8% erhöht, wenn ihr die Fähigkeit auf 4 habt. Und wir haben natürlich hier oben in der Mitte den Punkt, dass ihr für zwei Sekunden lang 25% erhöhten Schaden macht. Da habt ihr aber eine 10%ige Chance. Das heißt, so häufig löst das gar nicht aus. Aber 10% Chance ist besser als gar keine. Von daher, also zwei Sekunden lang jeweils 25% ist mega. Allerdings steht hier auch ganz klar dabei, wenn diese Armeen nur aus Bogenschützen bestehen. Habt ihr auch nur einen Infanteriekommandanten, äh, Soldaten dabei, wirkt diese Fähigkeit nicht. Zudem haben wir dann hier nochmal ein paar Punkte, wo ihr ebenfalls nochmal, ähm, Schaden auslösen könnt, oder auslöst. Hier ist der, ähm, zusätzliche Angriff, äh, nochmal mit dabei. Hier haben wir ebenfalls nochmal Angriffschaden. Und hier habt ihr ebenfalls nochmal, ähm, Schaden, äh, der erhöht wird um 9%, wenn ihr weniger wie 50% Truppenstärke habt. Hier haben wir Gesundheitsbonus, was auch sehr wichtig ist, äh, wie ich schon gesagt habe. Und hier habt ihr den Punkt, wo ihr an, gerade an Infanterieeinheiten, 9% mehr Schaden macht. Auch das ist super. Ich komme jetzt nochmal zu dem anderen Baum, wie ich eben gesagt habe, dazu. Und zwar ist das dieser hier. Wie ihr seht, sind hier am Rand diese beiden Punkte weggefallen. Einmal hier verleiht zusätzlich Wut, und 9% und einmal hier den Angriff. Dafür ist das aber hier unten bis ganz nach unten durchgegangen. Und zwar haben wir hier ebenfalls noch einmal den Punkt mit dem zweiten, äh, mit den Kommandanten, äh, Fähigheitsschaden. Da der Herrmann, ähm, durch seine, ähm, eine Fähigkeit, die wir uns eben angeguckt haben, 100 Wut zusätzlich produziert. Und ihr dadurch, ähm, dass ihr auch hier, ähm, bei Verjüngung oder bei den anderen Punkten mehr Wut generiert, könnt ihr innerhalb, äh, weniger Sekunden halt deutlich mehr Fähigheitsschaden raushauen. Dieser Punkt hier, äh, wo der Fähigheitsschaden, ähm, erhöht wird für die nächsten 6 Sekunden, ist sehr gut. Ähm, ich würde euch empfehlen, genau diesen Baum hier auch zu nutzen. Der ist effektiver als den, den ich jetzt aktuell nutze und, äh, wird euch auch, äh, helfen, dass ihr mehr oder stärkeren Schaden macht. In der Regel empfiehlt man immer auch diesen Punkt hier, äh, zu nehmen. Allerdings hat Herrmann keinen zusätzlichen Fähigheitsschaden. Das bedeutet, wenn ihr diese, diesen Punkt hier auswählt, schlummernde Kraft, dann wirkt die nicht. Ähm, das bringt euch also überhaupt gar nichts bei ihm. Na, daher würde ich diese bei ihm nicht auswählen. Dann nehmen wir lieber diesen Punkt hier, wo die Verteidigung und hier der Angriff verstärkt wird. Das, ähm, gibt euch dann nochmal mehr. Wie gesagt, ne, der bringt euch gar nichts. Kommen wir noch zur Ausrüstung. Das beste Set, was ihr für Bogenschützen haben könnt, ist dieses Set der Erweckung. Ähm, für Leute, die nicht so viel Geld ausgeben, ähm, oder gar kein Geld ausgeben, ist dieser Set schwer zu bekommen. Ähm, aber es ist zu bekommen. Ähm, und das, ähm, euch, äh, zu schmieden, äh, für euren Kommandanten, ähm, ist einfach dann ein Muss. Na, da habt ihr hier diese ganzen Fähigkeiten, äh, wo ihr euch pushen könnt, aber ihr habt hier halt durch dieses Set auch nochmal eine Angriff-Prozent, äh, 3% und Verteidigung 3%. Und, ähm, ähm, es ist das einzige Lila-Set, was ihr für einen, ähm, Kommandanten nutzen könnt, abgesehen von dem, ähm, Set hier für, ähm, Sammler. Na, ne, daher dieses Set ist ein absolutes Muss für alle Leute, die auf Bogenschützen gehen. So, wir haben jetzt hier nur Kopf, Brust, ähm, Handschuhe und Hose. Das heißt, uns fehlen noch zwei Stück. Und da haben wir hier das Schwert. Ist auch mega, mega gut für Bogenschützen, auch wenn sie eher einen Bogen brauchen als ein Schwert. Aber das ist eine andere, das ist, äh, die Logik von Lilith. Ähm, von daher, dieses Schild, äh, mit 13% Verteidigung ist mega. Wenn ihr jetzt aber noch nicht, ähm, so weit seid und erstmal grüne Teile oder, ähm, sowas erstellen möchtet, dann empfehle ich euch für, äh, selten dieses Teil hier. Diesen Stab der Verlorenen, ähm, die bekommt man unter anderem in der Taverne, ne, durch die Schild. Schlüsse und auch im VIP-Shop. Okay. Ja, da kann man die wahrscheinlich dann nochmal in Kisten, äh, bekommen. Ihr seht ja hier, dieser, ähm, diese, ähm, diese, diese Kisten, die man da kriegen kann. Also da, das ist eigentlich relativ einfach, diesen zu bekommen. Ähm, die Materialien sind natürlich immer das Problem. Das war's also von, von Bogenschützen her, ähm, diese hier haben alle nicht unbedingt was mit Bogenschützen zu tun. Hier haben wir am Bogenschützenangriff von 4%. Ähm, das, äh, also ich würde da eher auf, äh, den, den Stab gehen. Wenn wir jetzt auf die Schuhe gehen. Bei den Schuhen haben wir diese hier. Die geben euch, äh, Bogenschützen Gesundheit. Ähm, und das ist immens wichtig. Also diese Schuhe sind einfach nur Hammer. Wenn ihr da noch eine Fähigkeit mit drauf bekommt, einfach mega. Na, die auf jeden Fall machen. Zu dem lila Set dazu, ähm, dann seid ihr schon sehr, sehr gut aufgestellt. Es gibt aber noch ein Teil, was gerade so für Leute, die jetzt, äh, nicht so gut aufgestellt sind am Anfang, ähm, unbedingt nehmen müssen. Und das ist hier dieser Handschuh. Gibt euch eine Bogenschützengesundheit von 2,5%. Das ist, äh, mega. Ähm, ähm, wenn ihr da noch nochmal ein Talent drauf bekommt, ähm, ist das umso besser. Und es ist günstig und einfach zu bekommen. So. Wie ihr seht, hier haben wir auch nochmal was mit Angriff. Aber das lohnt sich nicht. Ihr werdet sehen, dass diese Hand besser ist als zum Beispiel diese Hand. Weil Gesundheit immer besser ist als Angriff oder Verteidigung. Wenn es um Schmuck geht, kann ich euch da empfehlen, immer eigentlich zu jedem Kommandanten, egal welchen ihr da habt, die stumme Prüfung. Die stumme Prüfung verringert nochmal zusätzlich die Wut des Gegners. Wenn wir uns zurückerinnern, ähm, das macht Hermann ja so oder so schon, ähm, um 100. Und hier kommen nochmal 10 Punkte dazu. In der Regel hat ein Kommandant ja 10 Runden, bevor er seine Fähigkeit, äh, raushaut. Oder seinen Fähigkeitsschaden raushaut. Und, ähm, jede Runde werden einfach 10 Punkte davon abgezogen. Beziehungsweise hat er dem Gegner mehr oder weniger hinzugefügt. Nein, abgezogen. Das war schon richtig. Das heißt, ähm, es dauert nochmal länger, bis der den Fähigkeitsschaden raushaut. Deswegen ist diese stumme Prüfung, ähm, für Hermann eigentlich mega gut. Na, könnt ihr auf jeden Fall machen. Dieses, äh, zu bekommen, ist allerdings nicht so einfach. Ihr bekommt die nämlich meistens nur durch Barbarenlager. Ja, es gibt auch mal das ein oder andere Event, wo ihr die bekommen könnt. Ähm, aber, ja, das ist eher seltener der Fall. Das war's dann auch schon von mir zu diesem Kommandanten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ähm, und ihr schaltet auch gerne bei den nächsten Videos wieder mit ein. Von diesen Videos werde ich jetzt mehrere machen noch. Ähm, auch zu legendären und zu epischen Kommandanten. Liebe Grüße gehen raus an VoidTX. In dem Sinne, alles Gute für euch. Bis zum nächsten Mal.